Schön, dass ihr wieder da seid aus nah und fern. Wir freuen uns über Zuschriften, Kommentare von lieben Andachtshörern aus der ganzen Welt, kann man sagen. Und unsere kleine Andachtsgemeinde scheint auch immer mehr zu werden, wenn man die Klicks so anschaut. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich all meinen lieben Freunden danken, die diese Sendungen hier mit mir machen. Überhaupt freue ich mich über unser Arche-Team insgesamt. Das sind ja mehr als 40 Menschen, die hier in unserem Büro arbeiten und dem Herrn dienen und wir gemeinsam voll Freude auch für unsere Missionsfreunde da sind, aber besonders das Evangelium in alle Welt zu tragen. Ja, soviel also zu den lieben Menschen, die im Hintergrund auch arbeiten, für die wir Gott von ganzem Herzen dankbar sind, dass ich nun hier vor der Kamera sein kann und euch das Wort Gottes auch schenken darf durch seine Gnade. Die Frage heute ist eine Frage, die schon seit Jahrtausenden gestellt wird und bei jedem Menschen irgendwann immer wieder vorkommt. Kann ich vor Gott gerecht sein? Hiob 9, Vers 2. Da sagt der Hiob, und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Welche Frage sollte eigentlich die wichtigste im Leben sein? Viele würden antworten, wie kann ich gesund sein und lange leben? Hiob hatte eine völlig andere Sorge. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Es geht um die Stellung des Menschen vor Gott. Auch Martin Luther wurde von dem Thema der Heiligkeit Gottes erschüttert. Als er seine erste Messe hielt, kam er zu den Worten, wir opfern dir dem Lebendigen, dem Wahren, dem ewigen Gott. Da erstarrte er und stand mit Schweiß auf der Stirn wie zu Stein geworden. Dazu erklärte er später, bei diesen Gedanken war ich gänzlich benommen und mit Schrecken erfüllt. Ich dachte bei mir, mit welcher Zunge soll ich eine solche Majestät anreden? Wer bin ich, dass ich meine Augen oder meine Hände zu der göttlichen Majestät aufheben dürfte? Die Engel umgeben ihn. Auf seinen Wink erbebt die Erde. Und da soll ich, elender kleiner Zwerg, sagen, ich brauche dies, ich bitte um das. Denn ich bin Staub und Asche und voller Sünde und rede zu dem lebendigen, ewigen und wahren Gott. Seine eigene Sündhaftigkeit einerseits und die absolute Heiligkeit Gottes andererseits waren Luthers größtes Problem. In ihm nagte fortwährend die Kernfrage der gesamten Bibel. Wie kann ein gerechter Gott einen ungerechten Menschen annehmen? Er wusste, dass seine ewige Zukunft von der Beantwortung dieser Frage abhing. Weniger scharf denkende Menschen kennen eine solche Fragestellung überhaupt nicht. Sie genießen die Seligkeit ihrer Unwissenheit und trösten sich mit dem Gedanken, dass Gott ja wahrscheinlich schon ein Auge zudrücken werde. Schließlich hätten ja alle Menschen Fehler. Warum sollten sie also nicht in den Himmel kommen? Aber welch eine Arroganz steckt hinter einer solchen Einstellung? Weil ich keine Lust auf Gottes Gebote habe oder sie mir zu schwer erscheint, darum soll er seinen Standard herabsetzen und sich uns Menschen anpassen? Nein, wer zu Gott kommt und jeder muss vor ihn kommen, der muss sich ihm anpassen. Und seine Norm lautet, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Aber wer kann so heilig und gerecht sein wie der Allmächtige? Auch hier ist die Antwort der Bibel klar. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Nachdenkliche Menschen geraten hier in eine innere Verzweiflung, weil sie nämlich erkennen, dass sie mit Recht von Gott verworfen werden. Das sind Menschen, die von tiefer Buße erfüllt sind und die mit dem Propheten Jesaja rufen, weh mir ich vergehe. Diese schlechte Nachricht müssen wir kennen, bevor wir überhaupt erfassen können, worin die gute Nachricht im Evangelium besteht. Das Evangelium lädt uns ein und schenkt uns die Gnade. Aber bevor wir verstehen, was Gnade ist, müssen wir verstehen, wer wir sind, vor Gott dem Allerhöchsten. Wir sind nicht gerecht und können vor Gott nicht bestehen und brauchen Buße und Vergebung durch das teure Blut Jesu Christi. Wohl dem, der beides verstanden hat. Ich bin ein großer Sünder, aber ich empfange Gnade von einem gnädigen Gott in Jesus Christus. Amen.